Ich habe noch einige Ideen. Vielleicht hast du ja Lust oder vielleicht möchtest du ja was spaßiges machen. Möchtest du was spaßiges machen? Du kannst uns auch ruhig. Du kannst uns auch ruhig. Du hast doch auch ruhig. Du kannst uns auch ruhig. Du kannst uns auch ruhig. Vielen Dank. Ich habe etwas ganz Tiefes gemacht. Aber hier kannst du ja gar nichts langschieben. Und zwar vom Eingang her. Wie war es Tiefes? So, so massiv. Wie du schon gesagt hast, als wenn da irgendwas... Es hat sich irgendwie, als wenn hier so eine Straße wäre, aber hier ist alles weich. Ja. Wie wenn jemand so ein Holz, so ein Bollerwagen langschiebt. Ja. Aber so tiefes Geräusch. Und die Straßen hast du gesehen? Wie wollen die wechseln? Also wenn das eine der Personen eben war, was du auf jeden Fall machen kannst. Und ich glaube, das macht euch auch immer Spaß. Ihr könnt uns erschrecken. Versuchst uns doch mal zu erschrecken. Hast du gerübst? Ja, ich habe eben gerade so ein bisschen aufgestoßen. Da steht was. Ja. Stehst du gar nicht neben mir? Ah, das sind die Frösche. Was sind das? Frösche. So, wie sind die denn draußen? Kröten. Hab ich doch vorher schon gehört. Hast du das nicht gehört? Wieso, weil hier im Wasser? Die höre ich bis hier. Kannst du hier im Mann setzen, hier. Im Ohr. Kröten. Hast du das N-Portal auch drauf? Hä? Das N, mit dem N anfängt. Das Portal auf dem Handy? Oder auf dem Handy? Mach das bitte noch einmal kurz an. Das ist dann auch das Letzte, was wir machen. Bei Franzi ist es glatt. Wann ist Franzi ja mal nicht belagt? Ja, ich weiß. Jetzt ist alles abgestoßen. Für mich fühlt es gerade spannend. Ja, ich zeige dir die Kamera. Komplett weg. Das kennen doch die Geiste hier. Alle gerade sich ja gar keinen Fall schiebt. Franzi. Bist du gerade bei mir? Ja. Wie alt bist du? Was ist die? Ja. 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 Ich hab jetzt vier verstanden, aber zwölf auch. Genau. Sven. 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 Ey, der, der war auf den anderen Vertreter. Sven. Sven, bist du hier? Wenn du hier bist, mach dich mal bemerkbar, bitte. Ist Harry auch hier? No. No. Gone. Gegangen. Ja. 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 Aber voll laut. Kommt er wieder? Nein. Wieder nein. Ja. Ist überhaupt noch jemand hier, der mich kennt oder was von mir möchte? Könnt ihr mal einen von unserem Namen sagen, der mit euch weitersprechen soll? Ja. 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 Ich find das mal ganz gut. Ja. 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 Meine Lieblingsfarbe ist schwarz. Hast du auch ein Lieblingsessen? Kannst du mir ein Ja sagen, an das du dich erinnern kannst? Weißt du, wo wir heute hier sind? Wo, wo, wo. Wo, wo, wo. Wo, wo, wo. Wo, wo, wo. Wo, wo. Wo, wo. Wo, wo. 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 Hey. Danke für deine Antwort. Könnt ihr nochmal die Lieblingsfarbe von Dennis wiederholen? Wo. Frage. Wenn du. Wenn du. Wo. 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 Das ist kein blauen. Kannst du meinen Nachnamen mal bitte sagen? Kannst du meinen Nachnamen mal bitte? Sagst du bitte mal meinen Nachnamen? Sagst du? 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 Der fasst das Urlaubsgeld weg. Bier. 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 Hast du das gehört? Was war denn das für ein Tanzalter? Du hast mich erschrocken. Ich auch. Habt ihr gesehen, was Franzi gerade gemacht hat? Ja. 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 Ist das lustig? Das möchte ich auf der Kamera sehen. Oder oder oder. Ich weiß es nicht educatorisch. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Könnt ihr nochmal durch den Raum laufen oder da hinten mal irgendwas zerspringen lassen oder so? Wir können auch Dennis in die Kamera zerspüren. Kannst du mal durch den Rauch hier laufen? Riecht gut. Kannst du das auch rechnen? Was soll ich denn machen? Weißt du, was ich für eine Schuhgröße habe? Nein. Kannst du mir deine verraten? Ist das bei euch dunkel? Moin. 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 Nicht. Was? Was? Hallo. Ja. Ja. Hallo. Ja. Ja. Das hier? Was das ist? Ja. Zeig. Zeig. Zeig mal. Mach mal. Ja. Siehst du den Rauch? Ja. Kannst du einfach versuchen, durch den Rauch durchzugehen? Nein. Nein. Warum nicht? Darfst du das nicht? Ja. 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 Deutlich hätte? Warum? Sollen wir gehen? Nein. Aber dann müsst ihr mit uns sprechen oder euch bemerkbar machen. Versucht das mal. Okay. Heute kommt ihr ganz abgehakt mit ganz kurzen Sprüchen. Und wenn ihr heute nicht reden könnt, dann bewegt euch doch einmal noch mal einen Maun. Auf ein Gerät zu. Wir haben hier mehrere Geräte stehen. Könnt ihr die Geräte sehen? M. S. M. Wer ist denn der stärkste von euch? Wie heißt ihr? Ich. Ich bin? Ist jemand bei euch, der da aufpasst, dass ihr nicht mit uns sprecht? Sollen wir leise sein? M. In Punkt Höhen Crasherni. S. Könnt ihr uns mal den Namen von dem Aufpasser von euch nennen? Könnt ihr das genug bitte noch einmal wiederholen, wie der euer Aufpasser aus dem Namen betrifft? Faze 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 Stehst du da gerade bei der Treppe? Jetzt weg. Scheiße, die das Fluss geht doch mal nicht schnell. Ich meine, als wenn ich gerade gehört habe, dass einer gesagt hat, so, nein. Ich höre aus deiner Wand, höre ich so, als wenn jemand ein Wasser aneinander macht. Hörst du das? Ich denke, da draußen sind Tiere oder irgendwie. Das ist so intensiv geworden. Wie groß? Ich denke auch, das sind Kröten. So, Funfact für euch, ne? Neue Leute, die bei uns anfangen, die nennen wir bei uns in der Firma Kröten. Wenn noch etwas anwesend ist, kannst du dich nochmal zeigen, bitte? Ich mache ein Foto und zeige dich. Genau, kannst du dich einmal so richtig mit all deiner Energie manifestieren? Jetzt bitte einmal. Eins, zwei, drei. Aber für so einen Raum, wo wir jetzt hier drin sind, mit diesen blauen Lichter hinten, die ist auch in Abflackern, schön geil. Das kommt gut. Wenn die Mauer nicht, der da, der da, der da ist. Ja, das glaube ich dir. Das geht ja richtig hinten rum, in Gewölbe und runter noch alles, ne? Ja, da werden wir auf jeden Fall nochmal nachpulen, ob wir in das große Gewölbe rein können. Ansonsten hätte sich die Location für uns hier erledigt. Es sei denn, wie sie nachher hier was Spezielles auf den Aufnahmen, das können wir jetzt noch nicht sagen. Müssen wir bekommen, wenn wir die Genüge kriegen, da und da mal reinkommen. Genau, eigentlich war der Plan da gewesen, aber wir haben hier eigentlich, glaube ich, einen ganz guten Raum gefunden. Und für den Erstkontakt hatten wir eigentlich, glaube ich, auch ganz gute Sachen bis jetzt. Du, dass es von der Kamera gut antworten, ne? Ja. Wer weiß, was auf der Kamera noch zu sehen ist. Und hier auf den Gerät. Ach ja, und was ich nochmal sagen wollte, ihr wollt hier keine Schiss haben. Ihr könnt auf YouTube alles reinschreiben, was ihr wollt. Wenn euch was auffällt, markiert das ruhig. Wir hören nicht alles, sehen nicht alles. Da brauchen wir euch für. Bauch. Bauch, alter. Bauch. Bauch, alter. Bauch. Das haben wir hier drauf. Der ist voll mit dem Kopf gegen die Betonmauer gelaufen, alter. Wobei doch oben bei dem Oberkopf, sonst hätte ich mir jetzt den Kopf eingeschlagen oder sowas von nett. Ey, hast du ein Toupet auf oder was riecht da? Du kust dein Toupet, alter. ever. Na, was soll best for? 합니다. вроде wie konnte. Ko medal, wenn du noch bei Ja. Das ist ein Toupet zu vielBACK. Was aber mit dem Kabel war das? Wir sehen. Wir sehen. Warum? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020